Das ist gar nicht der Ausgang. Doch, hier rechts. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das jetzt schon die Haupttür ist. Ich komme mal schnell auf die Karte. Ah, das ist die Eingangshalle. Okay. All hail Caesar. Schieß auf mich. Schieß auf mich. Ein neues Kraut. Aber ich mache das ja auch immer, äh, achso, tierisch Spaß halt nach Sachen zu suchen, ne? Also, äh, vielleicht Sachen zu entdecken, die halt... Spiele, ne Antike Unze? Die andere halt nicht. Ich kann ja schon wieder, äh, zurück zu Box eigentlich. Weil wir schon nur noch einen Inventarplatz haben. Ah, ja, ich gehe mal dran. Oh. Oh, ich trau mich schon da nicht, mich umzudrehen, ey. Kann ja auch einer von denen sein, ne? Ich renne... Warte, da ist ein Schatten, das da jetzt... Erstmal wieder schnell zur Box. Ach, ich habe auch mal Angst, wenn ich dann zurücklaufe, dass da wieder irgendwas passiert, ne? Man ist ja einfach nicht sicher. Okay. Hätte ja sein können, dass es vielleicht immer anders ist. Das mit der Box mag recht nervig sein, aber wie gesagt, die Inventarplätze sind knapp. Jetzt habe ich das übrigens auch mal mit den Pfeilen geschnallt. Das habe ich eben die ganze Zeit nicht geschnallt, deswegen bin ich mal runtergegangen. Also, wenn man wohl mehrere Sachen von einem hat, dann sind die drei Pfeile, dass alles rüber geht und ein Pfeil einzeln. Ja, wofür sind die Münzen? Man weiß es nicht, vielleicht ist es am Ende, wenn man es durchgespielt hat, dass ich irgendwelche Sachen kaufen kann. Kann ich das kombinieren? Achso, ich bin in der Box. Dass ich da wieder so ein verbessertes Ding habe. Ich brauche keine Kraft. Okay. Alles klar. Ja, ich weiß, das ist natürlich ein bisschen nervig. Mit der Box. Aber es gehört zum Spiel dazu. Dann muss man das halt auch so mitnehmen. Wir wollen es also nicht irgendwie jetzt schneiden oder sonst irgendwas. Wir versuchen euch das komplette Spielerlebnis, was auch wir haben, zu vermitteln. Boah, mit was für einem Krach der die Tür aufmacht. Das ist alles so schön designt. Auch die Bilder und ich kann das sogar angucken. Die Ackli-Berge. 91. Sollte man vielleicht auch mehr Gewicht drauflegen? Heftig. Nochmal drangehen? Ja. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich meld mich wieder. Wow, das ist der Vater. Man muss ja jetzt auch mal eben einfach eine Vermutung ausstellen. Nur weil diese Person uns scheinbar hilft, muss sie uns ja nicht unbedingt helfen, sondern kann natürlich auch aus eigenen Interessen handeln. Das werden wir natürlich irgendwann herausfinden. Jetzt gibt es was zu lesen. In zwei Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Mitkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Miss Mitkiff. Wieso muss ich beim ersten Mal nicht lachen? Das ist mir glaube ich noch nicht aufgefallen. Ja. Ist auch egal. Fehlt seit der Nacht des 21. Jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten zwei Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant mehr Befragung von Amrodon durchzuführen, sowie die Zahl der Mittel aufzustocken. Alissa Aschkopf, 90er Januar 2016. Ja wie gesagt, also da wird die Dunkelziffer, gerade so bei Wanderern, sage ich jetzt mal, oder anderen, definitiv höher sein. Und bevor ich mich, okay, diesen Raum erkunde ich noch eben, und dann gehen wir auf jeden Fall einmal zurück. Jäger, der Lüft das Gemälde, zeigt ein Hund, der bellend ausschaut. Okay, das ist auf jeden Fall auch ein Rätsel. Ich kann mir auch schon, äh... Oh, da könnte man zum Beispiel vielleicht die Mütze einsetzen. Da willst du erst das Pendel machen? Ja, genau. Wir machen nämlich jetzt... Ah, hier geht auch noch eine Treppe nach oben, du ahnst es nicht. Wir haben gerade ein Pendel gefunden und deswegen, ähm... Ach, das ist ja Käse. Ich habe mich gerade auch jetzt gedacht. Hm, Nachos. Gehen wir erstmal zur Uhr. Da ist es bald. Und ich habe gerade noch gedacht. War das eine Falle? Die Tür ist zu, ne? Kannst du nicht wieder aufmachen? Nee. Ich habe gerade noch gedacht. Gehe ich jetzt erst zur Uhr oder sammle das Ding ein? Ah, okay. Kannst du das Gewinn da drauflegen? Ja. Okay, okay, okay. Jetzt ist die Frage, kann ich doch was anderes drauflegen? Das passt hier nicht. Oh Gott, ey. Aber cool gemacht. Man freut sich gerade schon so und, ähm... Oh, der Schatten. Ja, das dachte ich vorhin auch. Ach, es ist cool mit Schatten. Ich weiß nicht, ob jetzt unten im Keller da noch so eine Wackelfigur war. Wäre natürlich geil, wenn man jetzt gerade im ersten Durchgang schon möglichst viel findet. Oder soll ich sonst gleich nochmal einfach durch den Keller warten? Ich weiß nicht, das war ja jetzt nicht so ein riesiger, langer Weg. Ich weiß nicht, das war ja jetzt nicht so ein riesiger, langer Weg. Ich habe ja jetzt noch mal was gesehen, wo das hinpassen könnte. In den anderen Raum wieder. Ja, gerade wo wir hergekommen sind. Ja, genau. Ja, das meine ich ja. Das ist ja. Wir sollen das Gebäude ja verlassen, dass wir hier jetzt sowieso hätten hin müssen. Ich neige dazu, jetzt noch einmal schnell durch den Keller zu baden. Weil mich das echt einfach interessiert. Und jetzt sind wir gerade hier. Wo war ja nichts sonst. Dass wir das eben mal checken. Das dauert ja jetzt auch nicht so lange. Weil, ähm, okay, wir wissen nicht, für was diese Puppen sind. Kann auch sein, dass es einfach nur, äh, für eine Trophäe ist. Kann aber ja natürlich auch sein, dass das irgendwas richtig cooles freischaltet. Soll ich mich schießen? Ja. Ja, hatte ich vor. Geht auch nicht so gut. Ja, ich, in den ruhigeren Momenten merken wir auf jeden Fall, dass ich mit der Steuerung, äh, auch besser klarkomme. Erst wenn's dann abgeht, geht's bei mir auch ab. Bin dann wieder panisch. Das wird mir echt oft vorgehalten, so meine Kumpels sagen, die dann völlig gechillt spielen. Und, äh, sich nicht verdrücken. Weil das ist natürlich, das hab ich glaub ich bei Last of Us auch gehabt, dass ich einfach, äh, zwischendurch scheißend oft ausversehen Leben verschwendet hab. Und hier ist ein Bügeleisen, lieben Gruß an dich, Julia, die uns heute ein Bügeleisen vorbeigebracht hat, damit, ähm, ich zum Let's Play meine Shirts bügeln kann. Ja, aber das war's hier, hier sind auch keine Kisten, die man noch kaputt machen kann. Was noch mal zur Kiste? Äh, was hab ich dabei? Hier ist schon wieder alles voll, ne? Krass. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe wirklich, dass das nicht, ähm, zu störend ist, aber wie gesagt, es ist ein Let's Play. Wir versuchen schon, das möglichst, äh, anschaubar, sag ich mal, oder anschaulich zu spielen. Deswegen lauf ich zum Beispiel auch nicht die ganze Zeit, sondern, äh, wie gebe ich meistens schleichend. Okay, den Ruhm da hinten hatten wir und, äh, da wird das Ding auch eingefügt. Deswegen, äh, kommt nämlich, obwohl, ne, das war... Ne, das war... Ach, eine Münze wollte ich mitnehmen. Ich bin auch ein Idiot. Kann nicht wahr sein. Warte, äh... Soll ich noch eine Münze holen eben? Soll ich es versuchen? Ja. Ah, sorry, sorry, sorry. Äh, passt aber ja zu dem, dass wir gerade gesagt haben, wir wollen es möglichst anschaulich spielen und jetzt direkt danach müssen wir wieder zurück. Aber, auf jeden Fall austesten. Wer weiß, was man findet und, ähm, wir sind ja auch erpicht darauf, irgendwelche coolen Sachen zu finden, um das natürlich, äh, hochzuladen. Oh, danke, dear Baby. Ja, nehm ich eine mit, ne? Ja. Wir wissen echt überhaupt nicht um den Sinn. Wie gesagt, ich hab mich... Mag man mir vielleicht vorwerfen, weil andere YouTuber bereiten sich halt wirklich vor und holen sich Infos ein. Ich hab's wirklich nicht gemacht aus dem Grund, weil ich absolut nicht gespoilert werden wollte. Und, ähm, wenn mir einer ein Video oder, oder wenn ich ein Video angeguckt hätte, wo einer vielleicht die Münzen gezeigt hätte, dann hätte der vielleicht schon andere Sachen aber auch wieder mitgespoilert und, äh, das Risiko wollte ich einfach nicht eingehen. Kannst du die Münze noch irgendwie bewegen? Also so, äh, nach rechts, links oder so? Nee. Das aber, was war da drauf? Ein Adler, ne? Auf der Münze? Ich weiß es gar nicht. Aber die antiken Münzen scheinen ja gleich zu sein. Also ich versteh auch nicht. Also ich kann's so noch drehen. Kannst du das... Aber ich kann's halt nicht selber auf dem Weg bewegen. Mann, ey, ich bin auch... Ich bin ein Bewegungslegaszeniker U10. So, dann dreht das Ding jetzt nochmal so. Was machst du jetzt? Ach, ich muss das dann auch noch bestätigen. Ich versuch mal einmal ein paar andere Tassen eben... Ah, jetzt hab ich abreichend gedrückt, ich Idiot. Ich hab hier halt ein netter Versuch. Weil, also wenn ich drücke, macht der ja ein Geräusch. Das heißt, ähm... Also mit der Münze liegen wir scheinbar nicht ganz falsch. Aber, äh, wissen wir jetzt trotzdem nicht, was wir da machen müssen. So, jetzt haben wir allerdings ja noch einen ganzen Haufen anderer Münzen. Ist da eine Münze dabei mit dem Adler? Die man dann vielleicht einsetzen muss. Ich mein, du hattest doch auf deinen... Du kannst dir jetzt die Münze angucken, die du hast, ne? Ja. Siehst du, da ist ein Adler drauf? Das ist ein Pelikan. Ach nee, ein Pelikan, okay. Die drei Hundeköpfe bekommen und die Türen öffnen, die Schlitz bekommen. Also man muss dieses Ding auch noch... Ich mein, es kann ja auch sein, dass wir natürlich gleich noch eine Münze finden oder so. Ich weiß es nicht. Wir könnten allerdings jetzt auch noch einmal zurück zur Box und gucken, ob wir was mit dem Adler haben. Warte, jetzt geh mal erst rechts. Hier war irgendwo ein Bild, wo, ich mein, wo du den Hundekopf ein... Nee. Einsetzen konntest. Hier ist auf jeden Fall ein Schloss. Ich mein, vielleicht findet man ja gleich auch noch eine passende Münze. Aber, ähm, ja, komm, wir gucken eben, dann wissen wir sicher, was bringt es, wenn wir jetzt sagen, äh, aufgrund dessen, dass es sich ja auch anschaubar sein soll, was bringt es, wenn, ähm, wir das jetzt außer Acht lassen und das vielleicht ein coole Secret ist. Und, äh, ich denke mal, der ein oder andere Zuschauer möchte vielleicht ja auch wissen, ob es denn vielleicht so ist, eine Verteidigungsmünze. Jetzt kann man aber natürlich auch gar nicht erkennen, was da drauf ist. Deswegen glaube ich schon bald, ähm... Sonst beide antike Münzen sind, ist ja... Ja, die werden gleich sein. Sonst wären die nicht auf einem Platz. Ich glaube aber nicht, dass es damit was du tun hast. Weil die Münzen ja eigentlich für dich sind, oder nicht? Das weiß ich ja auch noch nicht mal genau. Wir haben es ja jetzt noch nicht wirklich ausgetestet. Hier ist, äh... Nur es ist auch ein Ziel, die Flinche zu bekommen. Das war jetzt die Angriffmünze. Ich nehme mal jetzt eben einfach alle, gucken einmal eben drauf. Ich denke mal, es gibt dann bestimmt vielleicht auch noch mehr Münzen, die man, ähm, nutzen kann. Das ist, glaube ich, alles dasselbe. Ja. Ja, sieht so aus. Also es ist ja jetzt so eine Vermutung, dass wenn wir die Münze tragen, dass wir dann stärker sind, oder so. Wir haben sie ja jetzt noch nicht wirklich getestet. Allerdings nehmen wir die ja auch im Mentarplatz weg. Es ist wahrscheinlich vielleicht nachher gar nicht unwichtig bei Bosskämpfen, oder so. Ich will jetzt trotzdem eine antike Münze mitnehmen. Vielleicht haben wir da gleich irgendwie was falsch, oder so, dass wir die trotzdem noch mal brauchen. Ja. Aber es hat ja mit dir funktioniert. Vielleicht brauchen wir noch mehrere. Warte, und was waren jetzt unsere Aufgaben? Wir brauchen drei Hundeköpfe, oder was war das? Genau, und, äh, die Schrotflinte. Schrotflinte wird mal, denke ich mal, wie bei ein Jana Jones 1. Man muss was finden, was man da dann wieder reinlegen kann. Und die Falle geht trotzdem los. Wenn man sich dann in dem Moment in Sicherheit wiegt. Da, da ist das Bild mit dem... Kannst du den Kopf da einsetzen? Ja. Ja, das ist der Ausgang, und davon brauchen wir halt drei. Okay. Das sieht wie ein dreiköpfiger Haus aus. Das ist nämlich jetzt gerade am Monkey Island. Hinter dir steht ein dreiköpfiger Affe. Jetzt würde ich sagen, Treppe hoch, oder? Ja, viel mehr Möglichkeiten haben wir jetzt nicht. Oder willst du das jetzt nochmal versuchen, beide Münzen draufzulegen? Ja, kann ich ja auch einmal machen. Ich hab das jetzt schon wieder auch völlig vergessen. Ist doch das trotzdem eine. Ja. Ich hätte jetzt auch eben gedacht, wie du sagst, ob man die Münze halt selber noch bewegen kann. Also hier auf dem Bild bewegen kann. Aber das funktioniert nicht. Ja, egal. Die Münzen schleppen wir jetzt erstmal mit. Und wenn es wieder knapp wird, dann rennen wir halt nochmal wieder zurück. Haki, vorsichtig, ja? Ich versuch's. Die Bilder darf man auch gar nicht außer Acht lassen. Ist bestimmt auch nochmal irgendwo was hinter dem Bild versteckt. Das sind so ganz viele Türen, die verschlossen sind. Ach du Scheiße. Da sitzt die Gren. Sie töten? Sie töten? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber, nee. Das wäre dann auch ein bisschen unlogisch. Zumal man könnte die jetzt, hätte er auch versucht, vielleicht als Geisel zu nehmen. Oder, äh... Gut, es ist das Horror-Genre. Da ist nicht alles logisch. Scheiße, das ist das Hobby des Vaters, ja. Interessiert das? Ja, echt. Ich glaube ich weniger, dass das das Hobby von ihm ist. Ich glaube, der hat ein paar ganz andere Hobbys. Ich glaube, es ist das Horror-Genre.